heute gibt es hähnchen paprika souvlaki mit reis heute bespreche ich mal den film weil meine bande zu hause ist und dann klappt das so einfach besser so zuerst brauchen wir entweder 20 gramm frischen ingwer ich nehme stattdessen ein teelöffel gemahlenen ingwer ab in den mixtopf so der nächste schritt zwei knoblauchzehen zu geben dann jede menge sojasauce und zwar 100 gramm und jetzt honig das darf bei so einem gericht natürlich nicht fehlen 50 gramm am besten flüssigen honig nehmen dann habe ich hier sesamöl ich hätte wirklich nicht gedacht dass das so toll schmeckt ich kann euch das wirklich empfehlen das auch zu benutzen ich habe jetzt ein kleines fläschchen hier die gibt es auch in größer aber wirklich sehr sehr lecker jetzt barbecue soße zu geben und zwar 25 gramm ich habe jetzt keine spezielle barbecue soße sondern einfach so eine bullseil soße paprika pikant oder so heißt sie die ist auch sehr lecker und ein bisschen pfeffer nach geschmack da gibt es keine genaue angabe jetzt einfach den deckel aufsetzen und das wird jetzt erstmal für fünf sekunden stufe 6 jetzt haben wir die marinade also fertig mit der wir unser fleisch marinieren und zwar habe ich ein kilogramm hähnchenbrustfilet genommen in würfel geschnitten jetzt kommt die köstliche marinade dazu und wird miteinander vermischt und dann soll es mindestens 15 minuten marinieren ich würde euch empfehlen das länger zu machen am besten über nacht so zieht der geschmack einfach viel viel besser ins fleisch ein also diese viertel stunde fand ich persönlich zu wenig drei paprika schoten werden jetzt noch geputzt und in würfel geschnitten und wir machen ja so spieße also braucht ihr so schaschlik holz spießchen sechs bis sieben stück so jetzt fange ich gerade hier an das auf die spieße zu stecken fleisch und paprika immer im wechsel ich habe mir handschuhe angezogen weil das natürlich schon eine etwas schmierige angelegenheit mit der marinade ist von daher kann ich euch auch empfehlen lieber handschuhe zu nehmen ich bin auf insgesamt sieben spieße gekommen die in den varoma und auf dem einlegeboden verteilt werden die restliche marinade kommt jetzt in den mixtopf rein ein teelöffel gemüsebruch pülver oder gemüsebruch paste wenn ihr das habt etwas salz und jetzt kommt das garkörbchen rein für unseren reis ich habe 350 gramm reis genommen für meine verfressene bande hier und jetzt kommt mindestens ein liter wasser drüber schön über den reis kippen damit der schön feucht wird und gleich verrühren wir das mit dem spatel ein bisschen damit der reis auch schön feucht wird und besser beziehungsweise optimal durchgaren kann so deckel drauf varoma mit den spießen aufsetzen und für 25 minuten varoma stufe 1 garen jetzt den varoma abnehmen bestenfalls auf einen teller stellen damit es nicht tropft ich putze das oben so ein bisschen ab den gareinsatz mit dem reis nehmen wir jetzt raus denn der ist gar durch die sojasauce ist er natürlich ein bisschen dunkel gefärbt das wird jetzt zur seite gestellt und dann schön warm gehalten den mixtopf inhalt in eine schüssel gießen davon brauchen wir nämlich nur 400 gramm gleich für unsere soße im rezept steht gleich man soll 20 gramm speisestärke zu geben ich hatte mich schon gewundert warum die nicht separat irgendwie mit wasser angerührt wird weil ich weiß wenn man speisestärke in heiße flüssigkeiten gibt dann klumpt es ein bisschen was auch der fall war ich denke da hat thermomix im rezept einen fehler gemacht ich würde euch also empfehlen das mit wasser anzurühren varoma wieder aufsetzen und für weitere fünf minuten auf varoma stufe 2 garen varoma erneut abnehmen wieder auf den teller stellen fleisch ist also jetzt fertig und soße ist jetzt auch fertig die müsst ihr jetzt einfach ein bisschen abschmecken ganz nach eurem geschmack nachwürzen bis die so schmeckt wie ihr es mögt so da haben wir ein spießchen da haben wir den reis soße drüber gießen und einfach genießen geschmacklich wirklich top mir fehlt beim fleisch nur ein bisschen farbe aber das ist ja kein problem da kann man schön mit Paprikawürzen